tja leute da hätten wir es ios 13.3 ist offiziell erhältlich so wie ich das letzte woche schon vermutet hatte bei der letzten beta und dann schauen wir uns das ganze doch mal an was hat apple uns denn hier so angeliefert erstmals zur update größe ich komme hier von der letzten offiziellen version von ios 13 und habe hier ein update von 407,3 megabyte auf dem iphone 10 und ihr seht schon was da steht enthält fehlerverbesserungen und bla 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 schauen wir uns gleich noch mal genau an kurz mal hier zum freien speicherplatz bei mir ich hatte vorher 50,51 gigabyte frei und habe jetzt nach dem update 50,6 gigabyte unter ios 13.3 und bevor wir uns diese kleine liste hier anschauen ja wo die ganzen änderungen drin stehen schauen wir noch mal kurz in den geekbench denn habe ich hier ganz frisch drüber laufen lassen und 9 1 1 das ist hier kein notruf nee das ist der single core score also 911 und im multi core score haben wir 2557 erreicht und das mal im direkten vergleich zur vorherigen version sehen wir single core hatten wir jetzt 926 jetzt 911 also ein bisschen verloren multi core 25 06 zu jetzt 25 75 57 ja also da haben wir ein bisschen zugelegt also insgesamt wurde die performance etwas gesteigert denn der multi core der sagt uns ja immer wenn hier volle last auf dem gerät ist ob dann große anwendungen hier gut ausgeführt werden oder nicht oder große rechenoperationen und das ist für die performance eigentlich der interessante wert der single core index der sagt eben aus wie die leichten sachen wie hier so rumswipen oder e-mails lesen und solche geschichten wie die dann von statten gehen und also wir haben gesehen ein bisschen hoch ein bisschen runter aber allzu viel hat sich nicht verändert was aber jetzt hier sich geändert hat wir schauen mal kurz drüber ich habe euch die meisten sachen hier bereits in den früheren betas gezeigt und auch schon erklärt wenn ihr die noch mal schauen wollt ganz ausführlich einfach hier oben auf den link klicken da geht es zur playlist mit allen betas zu ios 13 aber wir haben hier natürlich bei der bildschirmzeit diese neue kinder sicherungs einstellung dass man dort auch steuern kann mit wem das kind kontakt aufnehmen kann wer dem kind schreiben darf über facetime über die nachrichten app und so weiter und so fort das ist eine sehr sinnvolle sache dann haben sie bei den aktien ein bisschen was geändert ein paar bugs behoben aber ganz interessant finde ich noch hier fügt unterstützung für fidu 2 kompatible nfc usb und lightning sicherheitsschlüssel in safari hinzu das heißt safari unterstützt jetzt das kennwort freie anmelden oder passwort freie anmelden soll so funktionieren ich habe das selbst noch nicht getestet ihr hättet dann ein usb stick also einen lightning stick eigentlich für das iphone mit lightning anschluss den steckt ihr unten rein da ist dann euer passwort mit sicherheitsschlüssel drauf und ihr müsst kein passwort mehr eingeben also kein passwort dass ihr euch in der birne merken müsst kein passwort dass ihr auf der cloud speichern müsst sondern nur ein physisches passwort quasi auf einem stick okay das wurde also neu eingeführt aber nur unter safari dann wurde hier die ganze mail app die ja ziemlich verbuggt war einmal komplett drüber gebügelt wo dann diverse probleme dort behoben wurden und wer die hatte der kann sich jetzt freuen die sollten der vergangenheit angehören wir haben ein problemchen gelöst bekommen wo der cursor nach längerem drücken auf die leertaste plötzlich gar nicht mehr sich bewegt hat dann bildschirmfotos wenn ihr die verschickt habt und die sind nur ganz verschwommen angekommen ja auch das war ein bug ja auch der ist weg sprachmemos können jetzt überall noch mal geteilt werden wenn ihr verpasste anrufe hier unten in der telefon app habt und dann werden die ja auch angezeigt hier durch so ein rotes badge und wenn ihr dann drauf geht guckt euch die anderen sollte das badge hier eigentlich verschwinden diese kleine nachrichten anzeige war bisher wohl nicht immer der fall auch das problem wurde gelöst und die mobilen daten lassen sich wieder ausschalten also jetzt richtig ausschalten die konnte man auch schon vorher ausschalten aber das stand dann nur aus und die waren trotzdem immer noch an auch so ein kleines problemchen wurde hier behoben dann hier ein problemchen im dunkelmodus wenn man umkehren intelligent aktiviert hat dass das alles nicht richtig funktioniert hat und so weiter und so fort am besten lest euch das ganze mal ganz in ruhe durch wenn ihr dort problemchen hattet die hier beschrieben wurden dann haut das update drüber und die sind dann hoffentlich der vergangenheit angehörig und vor allem hoffen wir dass keine neuen bugs dazu gekommen sind bitte apple einmal ordentliche arbeit hier abliefern wir hatten ja hier in der vergangenheit leider durchaus unsere probleme gehabt ja und viel mehr ist es dann schon gar nicht freunde keine großartigen neueren neuen änderungen die hier mit eingeführt werden bei ios 13.3 halt eben bug fixes ohne ende und vor allem hier video 2 wer darauf steht kann es jetzt eben auch mit dem iphone und mit dem ipad benutzen sehr schöne sache so also da hätten wir es jetzt bin ich gespannt auf das nächste beta update ob ihr dort direkt auf 13.4 springen oder auf 13.3.1 oder ja womit apple uns dann noch beglücken wird diese oder die nächste woche wir sind gespannt freunde ich werde euch noch mal informieren wenn es hier irgendwas gravierend neues gibt wenn es irgendwelche ganz schlimmen nervigen bugs gibt die mir hier irgendwie noch auffallen oder ja wenn es eben was erwähnenswertes gibt werde ich euch hier auf dem laufenden halten ansonsten sage ich vielen vielen dank fürs zusehen freunde und wir sehen uns beim nächsten update auf die nächste beta hier bei mir apple cat macht's gut